Als Hausaufgabe gibt es folgende Aufgabe. Schreibt bitte zu Hause euer Lieblingsrezept auf. Kann ich auch Pizza nehmen? Natürlich! Oh, das wird einfach. Also mein Lieblingsrezept. Als erstes suche ich die Bestellkarte vom Pizzadienst. Dann wähle ich die Nummer. Wenn der Pizzabäker drangeht, bestelle ich eine Pizza Salami mit extra viel Käse. Wenn die Pizza endlich da ist, nehme ich die Salamischeiben weg. Denn so schmeckt sie am allerbesten. Guten Appetit und fertig! Aber Heinrich, das ist kein Rezept. Das ist eine Bestellung. Unsere Lehrerin hat gesagt, schreibt euer Lieblingsrezept auf. Und meins ist nun mal die Pizza vom Lieferdienst. Alles andere wäre total gelogen.